Ein Stück vom letzten Demo, es ist wahrscheinlich kennt welche Leute das, die keine Arbeit haben, keine Kohle, die kennen Geschweine, die da versuchen, dich durch das Fernsehen in Deine Leidung, dass du deine Leidung abschließt und so und dann die Zinsen musst du nachher bezahlen, das ist mega viel, weißt du, du weißt das eigentlich gar nicht und dann auf einmal steht da so ein Idiot an der Tür im Vorrat, dass du irgendwie ein paar Tausend zahlst. Kennt ihr das oder was? Nein, wir haben alles anbreite Leute, ja scheiße, was soll das? Und das hier ist auf jeden Fall für Freddy, danke für den kleinen Schnitzel unterwegs, super. Legal Neutrie! Okay! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020